Was geht ab bei euch da draußen? Herzlich Willkommen hier auf Classic Blocks. Ich habe für euch Lego Minecraft mitgebracht. Wir schauen uns ganz schnell die Verpackung an. Hier vorne die Zähne dargestellt mit den einzelnen Figuren. Hier an den Seiten einmal nochmal die Zähne. Hier noch bildliche Beschreibung für den Pack. Hier irgendwelche weiteren Lego-Informationen, die brauchen wir aber nicht. Hier vorne nochmal die Lego-Figur im Maßstab. Und wir packen schnell das Zeug raus. Weg mit der Verpackung. Und zum Inhalt. Hier die Anleitung. 4,3 Platten und 3 Typen in verschiedenen Größen. Ich werde das jetzt für euch zusammenbauen. Bis dahin. So, das Drafting ist beendet. Das Lego Minecraft Set ist fertig gebaut. Ich finde, es sieht sehr cool aus. Auch ein Special ist versteckt. Der Iron Golem kommt hier raus aus der Erde. Wirklich coole Idee. Auch die Skins insgesamt sehen sehr cool aus. Von Alex und vom Baby Pick. Von daher bis zum nächsten Mal, liebe Freunde. Und... Und... Vielen Dank.